Ja, liebe gute Freunde, wo ist der Bauer heute Sonntagmorgen, Bauerhausen, Grenzübergang, Basel. Ich will dann mal schauen, was meine Yamaha-Faser eigentlich drauf hat. Ich will einmal schauen, die Spitzengeschwindigkeit. Und da fahre ich natürlich auf die deutsche Autobahn. Das ist in der Schweiz nicht möglich. Das ist in der Schweiz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt bin ich da auf der französischen Seite, auf Frankreich, auf dieser anderen Seite des Rheins. Jetzt war ich da dem Rhein entlang, wieder Richtung Basel, alles auf der kleinen Nebenstrasse direkt am Rhein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020